Hallo und herzlich Willkommen zu TTT Da mit dabei, da sind die Navoka und der Weeper Ja auch der Cyber, sowohl der Echse wie als auch ich Oh man, und euch, einer hat hier im PHD direkt am Anfang der Runde gesoffen Traitor, kommt runter, springt, komm Hast du den getrunken vielleicht? Hast du den getrunken? Du kannst ja auch getrunken haben Klar, bei Reebok, so viel Fähigkeiten Also ich trinke jetzt auf jeden Fall nur Eistee Ich hab noch einer getrunken, noch ein zweiter Ja, Eistee Ja, das gebe ich zu Alter Exte ist es Nein Was? Hab ihn Vorsicht, hinter dir läuft Wann war, ja, ja, das gebe ich zu Oh, der hatte ne Schrott damals Also, Hammschrott immerhin So, ich bin confirmed, dennoch Einer hat aber noch Cyberbot ist tot Oh, so könnt ihr beide euch da oben duldieren Los Wann war, ich knall dich ab Wann Was denn? Oh Schade Sehr schön Reeper, ich frag mich grad wie du mich gekickt hast Noch in dem Moment, weil ich hab Wirklich genau in dem Moment, wo du mir die Ecke kamst, der Feuer einen mitgegeben wurde Dann hast du irgendwie überlebt Und dann war ich in der Tour Du hast dich so schnell umgedreht und mir direkt ein One-Shot gegeben Hier Aber wie hast du das mit dem PHD mitbekommen? Ich hab extra geachtet, dass keiner in der Nähe war Ich habe während der Aufnahmebeginn, hab ich das Ding schon gehört Ich hab vor Aufnahmebeginn, hab ich dir getrunken Ja, und dann ging das Gröbse, war direkt neben mir, als ich schon auf Aufnahmeknopf gedrückt habe Ich stand neben dir, ich hab's gehört Echt? Also wenn du den PHD stehst sollst, dann sauf ihn irgendwo ganz oben, da hört man zu uns Ich hab ihn ganz oben gesoffen, da warst du auch nicht oben Ja, oder ganz unten, weil die meisten Leute ja nicht mehr am Boden sind während der Runde Hab ich so festgestellt Ich war in dem Moment komplett, ich war in dem Moment grad oben an der Leiter Was ist hier eigentlich? Hier ist tatsächlich gar nichts Schränke Das ist natürlich hart Oh, wer ist denn da? Wollen wir aber am shoppen? Nee Warte, Weeper, Weeper bist du Weeper oder Weeper bist du Echse? Nee, ich bin oben bei Cyber Wer guckt mich denn gerade an? Ich? Okay, gut, das war nämlich, ich hätte auf Exe sein können bei mir gerade Na, wo ist tot, okay Okay Ja, gut Habe ich gesagt? Sei war schon so offensichtlich Doch, wir sollen überhaupt nicht offensichtlich Also, sorry, der stand grad übelst rum Dann überhaupt nicht rum Ah, hier Na, wo hat's Treppenhaus nicht geschafft Achso Oder Oh, das Treppenhaus hat Na, wo geschafft Ja Mann Na, Cyber ist Traitor Das sag ich jetzt schon mal Ah, fuck Diskus, kannst du nicht durch den Teleporter werfen schaffen Upsala Wer snipet er mit Auto-Sniper? Ich hab eine, aber ich schieß nicht Ja, Auto-Sniper Reaper Auf wen hast du geschossen? Zeig mal, lebst du noch? Alter Wo Ex auch immer ist, er sollte echt ein bisschen was an seinem, keine Ahnung machen, ne? Wie sagst du, wie der Auto-Sniper dann geschossen? Ja, weil ich hier gerne rumschieße Wo ist das Problem? Ich baller gerne rum Ja, ich sag mal Weng, 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 weng Siehst du, ich schieß schon wieder rum Hier ist keiner Oh, ups, hier liegt eine Leiche Ups Das ist Navu Ja, ja, genau Das hab ich ja Müsste im Treppenhaus Oder im Leiterhaus sein Ja, das Treppenhaus hat Navu Der Schaff, dann wär ja schon Naja, genau Hatten wir ja Hatten wir ja schon Übereinstimmend festgestellt Das war ich übrigens Das war ich übrigens Das war's me Das war's me, Mario 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 Das war's me, Traitor Mario Ach, warte mal Ach, hallo Auch schon geshoppt, hat Reaper am Anfang der Runde auch schon gesagt Was hab ich denn... Was hab ich denn gekauft haben, sag mal Irgendwas Irgendwas Reaper zieht... Oh, wie... Ich bin mir echt nicht sicher, aber... Zwei von euch dreien ist ja definitiv Ja, aber... Gut, gut, gut No, er kann zielen Ne, lesen Nein, falsch Er kann rechnen Also, meinst zählen? Ja, genau, er kann zählen Das heißt, ihr geht offen zu, dass ich innocent bin Alter, wie nice das was denn Ja, ich... Ihr habt grad gesagt, ihr habt zwei von euch dreien Ja, das passt doch Oh, er kann lesen Ich hätt's ja theoretisch auch noch sein können Aber jetzt seid ihr offen der Meinung, dass ich innocent bin Du bist... Du bist doch sowas von Traitor Nein Ich knall ihn gleich einfach ab, dann... Du ziehst... Halt einfach, Alter Ja, einfach abknall ich selber und dann haben wir Ruhe, ne? Du ziehst die ganze Runde auf mich und sagst auf einmal, ich soll's sein Ja? Logik? Ich zieh jetzt auf dich, wenn du auf mich ziehst, aber gut Erstmal guck ich jetzt... Was ist da rum? Oh, ein Reaper Ach, Sarabot Ich hab jetzt alles umdreht Weeeeeee Was denn? Was denn? Was denn? Was hab ich denn getan? Ich hab... Ich hab das nicht mal... Ähm... Oh, oh, ja... Also, dann vertraue ich jetzt Exe und Sarabot tut mir leid Wart war... Wart war da unten neben dem roten Haus Da, Penner! Da! So, Sarabot ist tot, wo's Wart war? Der ist da unten neben dem roten Haus Hinter dem, irgendwo dort Ah! Er hat mir... Er hat mir zehn Damage gemacht Ja, ne, der auf jeden Fall die zehn Damage sind... Er ist... Er ist unten drin Tich Warte mal Obachte du mal weiter von oben Ja, klar! Während eben ein Muton-Luncher rumhantiert hier Der müsste in dem... Ding da drin sein Wo in dem Ding? Da hinten, unten Da, da, da Unten? Ja Ach, im Aufzug Nein! Da hinter dem Haus ist so'n blödes Teil, so'ne Kanalisation What? Hm Neu Nicht schlecht Nice Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, aber... Hä? Oh Wie hast du mich gekillt, Warnbarze? Er ist eines der AWP Mit nem guten... AWP-Schuss Hat der nicht Zwei-Schuss, Wander? Eines AWP musste mich nur treffen Nein, ist scheißegal, wo nämlich Ich glaub's, ich sterbe halt Wander Das hat doch eine Zwei-Schuss Hat der nicht eigentlich Zwei-Schuss? Warum müsste der Reibschuss weg? Wie... Was? Hat die AWP nicht mal als Zwei-Schuss? Jaja, die hat Zwei-Schuss Den Ersten hab ich daneben gemacht Achso, okay Ja, okay Was ist... Schau dir doch lieber das Teil... Nein, ich war schon eine AWP AWP Ja, sorry Es war jetzt ziemlich eindeutig Exo wurde angeschossen Ich hatte unten Eno stehen Also durfte ich eskalieren Ja, ich hätte eigentlich kaum gemacht Dass ich einfach wieder Glück hab Mit nem Defton Mit nem scheiß Explosion-Sutter Aber nein, du brauchst 2 oder 4 Was müffelig? Na 3 Aber ich war sehr verwundert Dass der Newton-Lounge ein Schaden verursacht Ich dachte Ja, macht er Kloppt einen einfach nur weg Ich hab aber auch schon geahnt Dass du Newton-Lounge hast Der ist auf der Karte welchen? Praktisch Der ist auf jeder Karte praktisch Wo man runterfallen kann Ja gut Aber auf dieser Karte leicht runter Los, vorgehen Wann war... Los Du gehst vor Ich geh vor Kannst du das hier kaputt machen, das war's? Exo ist da... Das stimmt überhaupt nicht Alter Wer war das? Wer hat den Abtenschrank mir auf den Kopf geworfen Ich hab davon 10 damage gekriegt Das war Exo... Nein, war ich nicht Ach, das ist mein Exo Jetzt hör auf zu lügen Ich hab... Exo hab ich eine Etage tiefer gesehen Also, wer war das da oben? Cyberbot Nein Mein Gott, das war mal ein Aktenschrank Meine Güte Trotzdem, er hat mir 10 damage gemacht 10 damage, die mich leer an den Tod bringt Star Reaper Das beschwere dich nicht! Ja und, du bist ja auch Tee Nein Glaub nicht Tee So wie du dich gerade aufregst, bist du Tee? Ja, stimmt eigentlich Gut, bin ich halt Traitor, auch gut Yeah, ich bin Traitor So, dann mal eben was einkaufen Das ist Traitor Herz auf den Züge geben, wer ist Traitor Also, dann kaufen wir jetzt erstmal einen Deathringer Dann kaufen wir uns das So, das schießen wir jetzt mal weg Das geht gerade auch noch nicht Ach, da ist Cyborg Ist Cyborg jetzt oder nicht? Nein! Wollte nicht sein Oh fuck, ich hab's da verkackt Oh, da hast du ihm nur einen Aktenschrank auf den Kopf fallen lassen Ich hab's da verkackt Oh fuck Oh, toll Guck mal, ich bin der Arsch Guck mal, ich bin der Arsch Haus Haus Hier ist ein Haus Haus Hey, da ist der Leiter Eine Leiter Eine Leiter Ach, im Untergrund hier war ich ja noch gar nicht bisher Wuhu! Scheiße! Ich hab's 12 HP, ich hab's hart verkackt Leiter untergefallen Mh Wer hat denn schon wieder Navo als erstes getötet? Ne Ahnung Musst du den Traitor fragen Ja, gut, das war Gut, das war Das war doch mein Target Oh! Da ist gerade was explodiert hier Ey, wer steht denn da? Ah, da waren wir Hallo! Hallo! Was machen Sie hier? Shoppen Sie? Nee Was hat das für eine Waffe? Eine Shotgun Eine persönliche Breiber Eine Shotgun Eine Shogun Total War Shogun Alles klar, Cyberbot und entweder Vanvor oder Ex Wer lebt noch? Der Cyberbot hat sich am Anfang beschuldigt Alles klar, Vanvor ist tot, Ex und Cyberbot, ihr beide seid's Ähm, ja, warum? Boah, ein Ding hat 12 mal einen Fehler wie getrieben Na, verdammt! Na! Sag ich doch Du, es hat bestimmt, aber Vanvor hätte auch einfach still sein können Ich hab Wann was sterben hören Echt? Achso Ja Schade Ich hab ihn unten erschossen und hab gedacht, du bist oben Ja, ich bin in dem Einblick runtergesprungen, als ich's gehört hatte Oder bist du gesagt, ich hab's gehört und kam unten an Ja, ich hab mir auf 12 Fahrt die selbst Druck gemacht, weil ich ein Scheiß Ich bin da oben gegangen, weil ich halt vermutlich halt da zu oben bin Mit so'n Glück gefeiert, dass ihr einfach 12-fach Pinot mehr hatte Ich will einfach bleiben, das ist nicht so geil Die Sword-Off ist aber auch halt wieder OP geworden Ich hatte keine Sword-Off Ne, ich hatte eine Nicht soo Also die ist besser als Ja, das geht mit der normalen ja auch, aber das war halt auch eine relativ Ja, ich hatte auch nicht nur viel War halt eine relativ geringe Distanz, ne? Du, du, du hast wenigst, ich hab' den 12 In der Mülleimer Ich hatte mal ein Zulcher Ja, in der Mülleimer Lass' dich hier durch, lass' dich hier durch 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 Lass' dich durch, weil ihr habt Aktenschrank auf den Kopf gefallen ist, weil ihr habt Aktenschrank Wow! Da explizitiert was? Ja, oder ist das explodiert? So schwer könnte das nicht sein Gehen sie weg hier Ist das Nabu gemuted oder wollen wir die nicht bei uns? Gehen sie nicht überzieht Nö, ich bin gerade ganz in Ruhe dabei, Militern zu dran Ah, okay Ah, tschüss, Aktenschrank Ah, da war das Cypher, äh, Cypher, aha Cypher Gutes Cypher Cypher Ja, ist was? Cypher ist das nicht auch irgendwie so ein Begriff? Wow, der Aktenschrank ist untergefallen, Alter, wer hat denn mir hier fast auf den Kopf gebraucht? Fass auf den Kopf, weißt du? Achso, das war ich Sorry Achja, jetzt sagt er sorry, weißt du, dann sind bestimmt hier X und Cypher, was ein Traitor Achtung, Achtung, Achtung Achtung Unbedingt gerade Oh, das ist ein normales Fuß Wer kommt hier gerade hoch? Nabu kommt hier hoch? Ja Nicht schon wieder so wie eben Neee Wenn nicht schon wieder an der gleichen Stelle Cypher, auf wen schießt du? Auf Fässer Wann war's? Warum höre ich da unten keine Explosion? Ja, ich stehe hier Auf, blaue Ist gesünder unten zu bleiben Jetzt guck doch mal unten hin, Mann Findest du? Das war nicht ich X, hast du gerade? Ich habe eine M3-92 Und das ist aber die Autosniper dafür Äh, Tavo, 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 bitte doch links rein Das Ding, äh, Kann das sein, dass der jemand durch den Teleport abgehauen ist? Ach, das ist Navuca Durch, äh, Sniper Guck mal nach, ob da jemand durch den Teleport abgehauen ist Ja, neben dir ist gerade, wann war lang gelaufen? Ähm, eine... Normale Sniper oder Autosnipernabo G, G35GI Sowas, was X in der Hand hat Also so ne Autosniperniste Ich hab keine G35 Ich hab keine G35 Die gibt's glaub ich nicht bei ihr G36 Die, ich meinst du die Autosnipernabo? Ich kenn nur ne G36, aber keine G35 So steht aber G35 Ja, gut Wester als ne G9 Ich hab auch so eine Ah, wer könnte jetzt wohl noch Tee sein, oder? Ah, ich könnte ja, ich... Ich würde niemals behaupten, dass X und Wanda sind Nein, ich will die doch niemals zuhören Wie kommst du denn da rauf? Ja, warte, ich helf dir So, jetzt Bitte Wow, das war etwas in der blöden Situation War ein bisschen zu früh? Ach, schade Der ist jetzt hochgefahren Mit dem Aufzug Komm Los, komm mit dem Aufzug Die Slobo Die Slobo, Mann Du Wann war... Der ist oben, äh... 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 Ich weiß nicht, wo dieser Aufzug hinführt, aber... Der kommt runter Jawoll Jawoll Wieso kommt mit dem Aufzug sofort wieder runter, wenn ich hochgehe? Weil er runtergerufen hat Weil er runtergerufen hat Alter, das ist so kripsbehindert Aber mit Nabu war echt die Situation so nice Ich hab am Anfang der Runde da oben den Bellen mal platziert Ich hab mir damit gedacht, wenn ich da jetzt hochgehe, dann folgt mir nach oben Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass du noch oben bist Und dass du vielleicht mit explodierst Das wär gutgekommen, aber nee Ich bin direkt durch den Teleporter gegangen Gerade Alles wahr Keine schlechte Runde Und die SG ist, glaub ich, auch Was denn? Ja, aber die... Die SG ist doch auch, oder? Nein, das ist keine Autosniper Ich finde, das ist eine... Aber dadurch, dass die Runde war... Die AUG ist ein Auto-MG, äh... Falsch hier, ein Snipe-MG, aber... SNG Die hat halt... G35 ist übrigens eine andere Waffe Die ist nicht... Ne, die G35, das ist ein Headset Von Logitech Ne, G36 ist genau G36 ist Protokollplatzierung Wieso da steht doch G35, oder? Habe ich mich grad so verlieren? Ne, ne, also das würde ich wundern Wobei ich glaube, die G36 habt ihr gar nicht, ne? Ach so, S? Ja, ich hab da draußen schon... Die G36 ist wie so ein Trauresnehmer Ne, ey... Was, nein? Das ist doch die VSS... Wing... 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 Holl... W dol... Ja, besser als VRS VHS, ja V... 過去 alles das gleiche man drückt ab und da kommt was raus. und jemand stirbt. meistens. manchmal auch nicht. wer schießt denn da unten? ich schieß an glasflaschen. an glasern flaschen. warte. irgendwas. ach wo ist das? da hat die drei buddels hier unten weggepustet. nudeln? ich habe nudeln vor der aufnahme gegessen. und jetzt ein schnitzel. reaper, obwohl, ne, schon gut, schon gut. fast schon, fast schon. wir sollen ja nicht über letzte buddels diskutieren. da ist mir nämlich nur gerade was eingefallen gewesen, aber gut. aua. wann war es angeschossen worden? von wo? ja. ich bin hier bei cyber. aber jetzt ist ja auch jemand gestorben. reaper, wo warst du? ich bin hier unten. ja, irgendwas ist da tot. ich trau mich nicht das zu konfirmen. ich glaube, cyberbot hat da gerade jemanden. die leiche sieht aus wie... von nawoka. sieht weiblich aus. wo liegt die leiche? auf so einem metallding beim seil zu. dann confirm die mal. ja, ne, ganz bestimmt nicht. weil ich weiß, du wirst mich dann erschießen. dass er jetzt... dass er jetzt richtig... ne, 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 ne. sorry, ich seh dich nicht mal. ja, ja, das ist ja, weil du kein Radar hast. ich glaube gar nicht über die Map. nicht gut, nicht gut, nicht gut. cyber. was ist mit cyber? ich seh den hier gerade. ich weiß nicht, wie geht's ihm? ich seh ihn gerade. er ist ja gerade irgendwo... er sah alle bändig aus. ja. zumindest als ich ihn das letzte mal gesehen habe. ja, läuft ihm auch immer noch hinterher. ja, hat mich auch als target. ich wechsle aber eben mal kurz die Waffe, damit ich im Kampf mit ihm bisschen besser bestückt bin. okay, er hat sich wieder umgedreht. also bestückt, der ist mir gerade entgegengekommen. er ist mir gerade entgegengekommen und ist mir jetzt zurückgelaufen. okay. er wäre also nicht das... er wäre also nicht als Jader erscheinen. oh, hallo. ah, schön mit Identität. das witzige war, während ein Narvo neben mir stand, habe ich cyber erschossen, hat das Narvo da runter gesprungen und hat gesagt, oh, da ist jemand gestorben. hä? ich hatte auch nur gesagt, dass da einer gesnipert hat. und dann habe ich mich umgedreht. nee, ich habe direkt neben dir cyber mit einer Sword auf erschossen. und seine Leiche lag sogar noch. ich habe vorwärts neben mir stand, und dann haben die seine Identität genommen. wir müssen dann dort die Leiter gerade runter gekleidert. da bin ich auf dich drauf gesprungen. hab ich nicht mitbekommen. sah auf jeden Fall genial aus. äh, wie viele Minuten eigentlich noch waren wir? äh, 12. ah, gut. die Frage sollte eher... Zeit! lol Gott, teleport doch für den Arsch! ups! Wie viele Menschen sind hier bitte tot? das ist doch nicht die Möglichkeit. Und da säuft er einfach auch noch. Jaja. Finde ich irgendwie nicht... Mein Eistee ist ja schon leer. Achso. Da muss man sich was härteren... Jajaja. Jaja. Okay. Warte. Achso, da haben wir gleich zwei. Das ist... das ist natürlich auch schlimm. Warte. Gut. Warte mal was ist das Video? Gut. 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 Also, kriege ich hier eigentlich irgendwann nochmal nen Kill ab oder... Nein! Also, es ist einfach nur weil ich bin Scheiß Teleporter so... Äh... Fuck. Ich bin gestorben weil ich habe außerdem... Wann war geschossen als ich Wurfen wechseln wollte? Da dreht er mich um und knallt er mich um... Und dann einfach weg. Das war ein bisschen ja... Gute Schlussreaktion. Alter. Da habe ich... Nicht nachgesagt. Wäre es schon schön wenn ihr die Runden ein bisschen länger laufen lassen würdet. Ach was! Da braucht ihr schon lange Runden. 70 Runden. Ganz einfach. Die langen Runden sollen dafür sein damit die Leute was zum angucken haben. Wenn wir uns die gegenseitige abknallen brauchen, brauchen wir den Scheiß nicht aufnehmen. Dann werden wir auch computer spielen. Ja zum Beispiel. Und so kurz sind die Runden da jetzt auch nicht aber... Es hält sich hingelegt. Wir sind nur 5 Leute Leute. Wir sind nur 5 Leute Leute. Wir sind nur 5 Leute heute. Ja Leute heute. Ist das nicht so eine Sendung auf dem ZDF? Sind Leute heute das? Leute heute. Leute heute. Oder Leute von heute irgendwie so. Das hat alles was mit Menschen beim Mais-Sperger zu tun. Hallo Navo. Warum läufst du wann war hinterher? Das fällt Ihnen so. Du stalking! Aufpassen! Ich bin noch immun gegen sowas. Ich habe doch meinen Flopper gut getrunken. Oh sie hat den Flopper schön brav ausgetrunken. Ja genau. Ist auf den letzten Schluck. Da fliegt Mike in den Schrank! Mike in den Schrank ist geflogen. Der war extrem knapp. Nehm. Excess. Excess. Guck mal. Da warst du ungefähr. Er ist ja nicht hier unten. Warte dahinten. Wer läuft da hinten? Ich weiß nicht. Irgendwie sind wir unten auf dem Boden der Tatsachen. Warte mal gleich grad vor. Ich grad nur. Der hat grad aufs Sofa gewonnen. Der hat grad nicht so unter das Sofa runtergeballert. Er ist Reaper oder? Nein das ballert man nicht runter. Das sieht man runter. Was ist denn passiert? Wenn ich so bin. Das ist ein Cyber-Bot. Aber ich habe nicht 4 Schaden bekommen. 2 oder sowas. Aktenschrank. Aktenschrank. Ziehen. Oh das ist was. Komm hilf mir mal da diese Aktenschrank zu ziehen. Ich bin nirgendwo durch die Rude. Hat er grad noch einer gekoffen? Ich hab'n Max sehen. Der Stick und zieh'n den Aktenschrank hinter mir her. Ich glaub Reaper hat getrunken. Hm? Eher wie? Ich mein' da was gehört zu haben. Komm aufs Da- Boah. 12 damage. Scheiße. Ich bin Santa Claus. Ich komm vom Dach herunter. Keine Ahnung. Ich bin Weihnachtsmann. Komm vom Dach. Wow. Wow. Ich hab' mich erschreckt. Warte ey. Der hat schießt auf mich. Was? Nein. Ich schieß auf dich weil du auf mich geschossen hast. Boah. Du hast euch was noch geschossen. Äh. Alter. Kannst du mal mit bisschen weniger eskalieren heute noch? Ich habe nur Selbstverteidigung gemacht. Verrat mich doch nicht. Nee. Deswegen hab' ich ja Damage. Nein. Du hast fast was du angeschossen hast. Nein, nein, nein. Ich hab' vorher Schussdamage bekommen. Doch. Äh. Ich hab' vorher Schussdamage bekommen. Nein. Doch. Nein. Ich hab' doch gesehen weil ich Schaden bekommen habe. Alter. Was diskutiert ihr euch da grad wieder aus? Los. Die Diskussion mitbekommen war. Ähm. Es ging um Schaden. Und Schäden. Ach um Schaden. Ach um Schäden. Ja, ja, ja. Kollateralschäden. Ja und das Problem war, dass meine Krankenversicherung das nicht ähm begleicht. Da wo gehst du den jetzt? Ich weiß grad nicht wo er ist. Er liegt da unten. Ja wo ist da unten? Da hat Dirk beim Aufgang. Was ist denn Aufgang? Ach den. Wohan war grad steht. Zufälligerweise. Ja. Äh ne. Äh Exit? Warte ich. Ja Exit ist tot. Wohan? Ach das ist ein Advanced ist gar nicht da. Ich wollte ihn aufstechen. Ach so. Wann war den umgebracht? Dann ist Cyber. Okay. Ja. Äh. Weeper lebt. Äh. Äh. Warte Weeper. Komm bestimmt gleich jemand entgegen. Äh. Pass auf wenn du auf Cyber triffst ne. Ich wollte es nur sagen. Wieso? Äh. Ja weil er Traitor ist. Weil du hast doch gerade Exit umgebracht. Ja das ist richtig. Aber. Was macht dich dann? Nicht Traitor. Ja du. Du. Du weißt das noch nicht. Aber pass auf wenn du auf ihn triffst. Genauso musst du aufpassen wenn du auf mich triffst. Ich bin ja Weeper. Da sind meine Chancen zu überleben höher. Ah ok. Glaube ich nicht. Ey. Da schießt der. Ja ich schieße mal einfach so Leute. Achso. Huch. Ah man. Das geht nix. Das war ein Headshot. Wieso kriegt sie da keinen Schaden von? Wenn du mich getroffen hast. Eigentlich schon. Ah man man man. Ich hab dir aber echt keinen Schaden gemacht. Doch hast du. Ne ich hab wirklich. Also du kannst ja meine Aufnahme angucken. Da. Bei mir hast du schon gehört. Ja ja. Durch deinen. Einen Schuss glaube ich. Hab ich ja bekommen. Da hab ich gesagt. Sorry. Das war nicht Absicht. Und dann hast du mich angeschossen. Und dann hab ich zurückgeschossen. Ja ja. Und dann hab ich wieder. Das war wirklich nicht Absicht. Ich hab ja immer Schusspausen gemacht. Du warst ja nicht mehr mein Target. Nicht? Nein. Oh. Hätte ich jetzt gedacht. Deswegen den Leuten Pause Zeit geben zu reden. Wollte ich am besten. Wuii. Wollte den Boost geben. Achso. Hörst du hier mal hochkommen? Dann hast du das Fass angeschossen. Das Fass hat erstensicht nicht. Da würde ich mich aufhören. Bei der anderen Leiter. Ja was. Da muss doch mal oben an der Leiter stehen. Was mit dem Fass passiert ist wusste ich nicht. Ja da hast du nur aufgeschossen. Ja warte. Nein das räum ich jetzt nicht. Der wollte doch abschlagen. Der trug. Der trug. Der trug. Zum abschlagen hab ich hier aber leider kein Werkzeug. Was gibt's denn für ein Werkzeug zum abschlagen? Facebook zum Beispiel. Facebook zum Beispiel. Facebook zum Beispiel. Achso. Facebook zum Beispiel. Ja gut. Wo ist der? Alles schlag. Wollte ich meine P23. Holte ich meine P238. Yeah. Oh ich hab was gefunden. Oh ich hab was gefunden. In einem dunklen Gang. Hä? Ah. Na ob kommt ein Das ist ein nur für eine Person zugängliches Ziel. Ich baue jetzt einen Stuhlkreis auf, damit wir uns ausdiskutieren können. Ich rate, Axel ist irgendwo bei den Zombies unten. Axel ist bestimmt so ganz geheim, irgendwo in dem Labyrinth versteckt. Wann war, warum bist du hört? Frag doch mal Cyber. Okay, Cyber, warum es Wann war, hört? Was? Ich war nicht schuld an Wann. Nee. Er hat gesagt, ich soll dich fragen. Wann war, warum soll ich nicht, was du mit zu tun haben? Weil du letztlich Sachen geredet hast, als du mich angeschossen hast. Ja, ist klar. Ja. Aber sonst gehst du eigentlich gut, ne? Wolltest du eine Insti haben, äh, falsche Disco haben hier oben? Keine Disco, vernichtest bestimmt mein Stuhlkreis. Oh, das ist ein Plasma gewesen. Er hat ihn selbst gekillt. Wetten, jetzt kommt nachher hier ein Trader rein. Er hat ihn selbst gekillt. Er hat mir in der Plasma selbst gekillt. Okay. Kluge Mensch. Na also, wer Eno ist, kann nicht, glaube ich, eskalieren. Okay, ich will dich proven, aber ich... Ja gut, ich will dich proven, aber ich verstecke mich hier die ganze Zeit. Wo versteckst du dich denn eigentlich? Suchst du mich etwa? Nein, für was? Ich bin doch selbst gekillt. Ich bin doch selbst gekillt. Ich bin doch auf Fun-Einfahrt, damit ich den, der mich als erstes nicht erschießen kann. Ach so, ja, okay. Weil ich finde hier definitiv eh nur Traitor. Wer würde jetzt eh nur freiwillig reingehen? Gut, die Chance ist da, aber ich glaube, hier war heute noch nie jemand. Bitte, bitte, bitte. Ah, verbrannt. Wann war du Traitor? Ja, ihr seid beide Traitor. Na, wo lebst du noch? Wann, das hast du besucht? Ja... Ich hab eins. Ja gut, ihr seid beide. Es ist... Ach, komm! Ey, ärztab! Ärztab, das ist doch unfair! Ist doch unfair! Ey, komm mal zum letzten... Als ob du einfach in diesen Schachter zu kommst, ne? Ach komm, das ist doch scheiße! Das Deathlord beim Letzten zu verwenden. Das war ja zu geil. Also lasst, dass ihr da mal reinkommen, oder? Guckt ihr euch das nicht, oder was? Ihr müsst eigentlich nur kass! Ich wusste nur, du warst Mecker über das Death Note hören. Hey, ich schmarrn dir Explosionstod! Ja? Schön. Ist doch ja nichts, ich will nur kein Mecker jetzt. Aber, hau da! Ich bin nicht du einfach so weg mit dem Bloody Life und Blatt nach jetzt! Ist auch schon scheißegal! Ich... Es ist ja nicht jetzt Mecker gemeint! Das sei erst schön, weil wir von sich nicht mehr. Das hast du gemacht! Ich hab dasselbe versucht! Das ist kein Gemecker, das ist ein Mimimi! Ja, du hast die Wunsch mit! Es wär ja cooler, wenn ihr euch wenigstens mal was schaun würdet und wenigstens mal kommen. Aber nein! Oh! Oh, ich hab Spaß! Oh, ich hab Spaß! Ich hab Spaß! Ich hab Spaß! Wunschstest du mit Shotgun-Abo! Oh, yeah, Baby! Ich würde jetzt einen High-Five machen! Ja, komm her! Wo bist du? High-Five! Warte, warte! Oh, ey! Alter! Ui! Komm, Warn-Warn! Sobald ich dich finde... Nimm den Aufzug, Warn-Warn! Ah, Aufzug ist gut! Komm hoch! Ja, komm nach oben zum Aufzug! Mimimi! Nein, nächste! Nein, 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 nein! Was? Wer sagt nein? Okay, es wird wohl doch kein High-Five geben, Echse! Ich glaube, dass es in der Leiche ein High-Five gibt! Ja! Ich glaub, Cyber ist tot, oder? Ja, die Cloud-Shop. Ich glaub auch! Ja, da könnte jemand runtergefallen sein! Ach, was! Ich werde das nicht überleben! Doch! Warte, soll ich mal... Huch! So, hier! Cyber! Hey, High-Five! Huch! Ach, du Scheiße! Echse! 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 Sag mal, Reaper stand ich mit dir noch, als du mir nen Headshot gegeben hast? Oder war ich... Oh ey, ey! Ich hab da wieder auf mich zugelaufen, ja? Wo du Rumhex dran war! Ne, eh, stand ich mit dir noch, weil ich hab mich in dem Moment genau... ... äh, gewöhnt... Ich habe in dem Moment genau... ... Schiff gehört. Ich hab getroffen, du bist tot, also. Letzte Runde. Die Couch wollte nicht mehr Runde geschubst werden, die hat mich gleich mitgenommen. Letzte Runde schon? Ja, nicht nur Runde. Ja, ja. Mit der Couch. Oh, da hat einer mit einer Sword auf gleich jemanden kalt gemacht. Das war mein Aktenschrank. Bist du sicher? Ja. Da kam so ein... Ist von einer tot? So ein Stöhnen... Och du Scheiße, war das so vereng. Das Sofa war eng. Das hörte sich irgendwie zweideutig an. Wow, alter Reaper! Ha! Salva! Was? Ich werfe doch extra nach da drüben! Im Werk von Teilen! Ah! Bist doch wahnsinnig! Ey! Da hat er aber mit der Diege geschossen. Wahrscheinlich ja. Der Reaper eskaliert hier. Alter! Ich hör keine. Ich hör keine. Was? Ich bin unten. Ihr beide? Alter, nein! Er! Ich hab was... Alter, warum?! Wer als er? Weil du verbrüht hast! Oh, warte! Der... Als Erklärung für die Cyberbot, damit du nicht sagst, das wäre random gewesen. Ich hab das Ding ja mehr als einmal eingesetzt. Die RSB piept bei dem, wo sie angebracht wird und bei dem anderen. Das war aber keine RSB! Das war ein C4! Über dir! Ich hab nur gesagt, ich hör's auch piepen! Na gut, da war's doch ein bisschen random. Aber trotzdem! Was? Wieso Abmodi? Hier unten läuft doch noch. Äh? Ja. Gut. Es ist noch nicht vorbei. Ist da wieder die Tür? Exo, wo bist du? Autsch. Jetzt hab ich dich zu sehen. Ooooooh! Der war ein Zeiger wird wiederbelebt! Und damit gehen wir in die nächste Folge von TTT! und tschüss tschüss